Es kracht schon wieder, es kracht komplett. Achso. Ach. Lass mich einfach am Leben. Ich bin tot. Sauber Jansky. Ach, hab ich gerade noch Biermann an. Das ist einfach so unfassbar bescheuert. Komm, wir haben Faktor fahren. Ey, geil, das funktioniert sogar. Ey, ist das cool. Doch, nicht wahr. Warte. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Darf ich anhalten und gucken? Ne, ne. Ich darf es nachher gucken. Ich habe so ein... Alter Schwede, Mann. Was war das denn? Ja, das ist einfach, wenn die Leute nicht verstehen, dass man in einer kurzen Bremsphase sich einfach nicht daneben bremsen kann. Aus. Einfach ausgemacht. Einfach Spiel und Titel geändert. Oh, oh, Zolder, hinter mir war schon Carnage. Seitlich von mir war Carnage. Alter, was hat denn dieser Lambo gemacht? Der ist ja mal voll eingehämmert. Der ist ja komplett rechts abgeboten. So was nennt man dann wahrscheinlich keine Reaktionszeit. Kenne ich irgendwoher. Ist bekannt. Jetzt ist ja Command abgeschließen, Ausrufezeichen, Game oder was? Ja. Wenn wir den alle gleichzeitig reinschicken. Alter, wo willst du denn jetzt noch? LoL, das funktioniert auch noch. Das funktioniert auch nicht. Ach du, boah scheiß. Ich hasse Zolder bei solchen Rennen. Boah Junge, da hat er dich ganz schön hops genommen. Boah, er hätte... Jansky, hast du noch nen Bruder? Das wird schwierig. Da geht das schon wieder los. Ich hab's doch geschafft. Mein Gott. Mein Gott. Es war halt aber einfach mit Ansage. Ausrufezeichen-Clip. Das ist halt genau wie gestern. So nach 15 bis 20 Minuten wird das einfach so schwierig. War ein bisschen besser. Alter. Also ich will nix sagen, Jan. Aber der beste McLaren ist auf 4. Lass diese Hinterachse. Ich bin hier noch nicht warm mit. Gestern auch schon. Vorhin auch schon einmal passiert. Wenn du hier ein... 1, 4, 2 gefahren. ...kleinen Fehler machst. Dann ist sie einfach weg. Geht das hin? Geht das hin? Geht das hin? Nachdenken wein? Kein Worte! Hufe! Geht das hin? Untertitelung des ZDF, 2020